Ja, Moin Leute und herzlich willkommen hier bei WOM-TV. Ja Leute, willkommen beim WOM-TV Sondersendung Teil 2. Ja Leute, willkommen beim WOM-TV Sondersendung Teil 2. Und zwar hatten wir ja im letzten Video die Engeldinger mit der Sondersendung. Und ich habe heute Teil 2. Ich möchte euch ja noch ein bisschen was darüber erklären. Und wir haben auch ein Special Guest heute hier. Bei WOM-TV das erste Mal ein Special Guest. Was das sein wird, das werde ich euch jetzt natürlich gleich zeigen. Wer hier der Special Guest ist, der ist ja unangekündigt gekommen. Ich freue mich drüber. Und wer das ist, das zeige ich euch jetzt. So Leute, willkommen hier zurück beim WOM-TV. Ich habe jetzt die Kamera mal umgestellt. Und zwar haben wir ja ein Special Guest heute hier. Das habe ich ja schon angekündigt. Und zwar ist der Special Guest einmal hier drinnen. Viele werden sich jetzt gefragt haben, wer ist der Special Guest heute? Wir haben ein Special Guest. Und zwar, ich kann den Deckel leider nicht aufmachen, Leute. Aber ich zeige es euch mal hier. Und zwar ist mir gerade eine Hornisse hier reingeflogen. Hier habe ich die jetzt drinnen. Eine Hornisse. Und da ging es natürlich auch drum. Es gibt ja im Moment viele in den Medien, wo gesagt wird, die asiatische Hornisse breitet sich in Deutschland aus. Aber das hier ist nicht die asiatische Hornisse, sondern das ist die heimische Hornisse. Die ist auch recht groß, so wie man das hier drinnen sieht. Und die werde ich natürlich jetzt gleich freilassen. Die werden nicht getötet, weil die stehen wirklich unter strengstem Naturschutz. Aber wirklich ein schönes Exemplar, Leute. Wenn ihr mal hier guckt, guckt mal wie groß die ist. Wenn ich das mal vergleiche, meine Handfläche. Hier die Handfläche und da die Hornisse. Boah, die ist echt riesig. Leute, die ist echt riesig. Die werde ich jetzt einmal wieder freilassen. Das war der Special Guest heute über Hornissen. Ja, wir können auch mal ein Video machen über andere Insekten. Die hier so im Garten leben oder im Umkreis. Das ist auf jeden Fall die heimische Hornisse. Und wenn ich mal genau schaue, warte mal, ich drehe mal hier die Beleuchtung ein bisschen rüber. So rechts und links. Dann kann man hier ein bisschen gucken. Das ist die heimische Hornisse. Und wenn ich das so richtig sehe, dann ist das eine Arbeiterin. Das ist keine Königin. Woran erkennt man jetzt die Königin? Das werden wir mal in einem der nächsten Videos machen. Das machen wir nicht heute. Das ist, wie gesagt, jetzt der Special Guest. Den werde ich jetzt einmal freilassen, bevor wir weiter hier zur WurmTV-Sondersendung Teil 2 kommen. Wir sehen uns hier gleich wieder. Ich lasse die jetzt einmal frei. Und dann sehen wir uns hier gleich. Leute, Hornisse ist freigelassen. Die ist weg. Die habe ich wieder rausgebracht. Aber wir kommen jetzt zum ursprünglichen Video zurück. Was will ich euch jetzt noch über die Engerlinge erklären? Und zwar habe ich jetzt in den anderen Behälter, weil da drin war ja die Hornisse, deshalb musste ich das jetzt gerne mal hier rein machen. Und zwar unsere Engerlinge. Ich habe noch zwei Stück gefunden. kam jetzt die ein oder andere Frage auf, erzähl doch mal ein bisschen mehr über diese Engerlinge. Ja, was soll ich noch großartig erzählen? Man sieht jetzt hier schön zwei unterschiedliche Größen der Engerlinge. Eine kleinere Raupe, eine größere Raupe. Und man sieht schön, diese kleine Raupe davon, die kleine, die ist ganz dunkel und die andere ist ganz hell. Das wird den Unterschied haben, dass das eine ein Maikäfer ist und das andere, so wie ich das hier auf der Farbe sehen kann, es könnte ein Rosenkäfer sein, aber auch ein Maikäfer. Das weiß ich jetzt nicht, dass in dem Stadium sieht man das noch nicht so richtig, aber ich tippe mal drauf, dass es zwei Maikäfer sind. Was gibt es dazu noch zu sagen? Die Engerlinge, wenn der Maikäfer oder der Rosenkäfer die Eier in die Erde gelegt hat, bleiben die zwei Jahre in der Erde. Man glaubt es kaum. Zwei Jahre bleiben diese Raupen in der Erde und fressen sich durch, bis dann endgültig der Käfer daraus entsteht. Und dann einfach an die Oberfläche krabbelt und einfach davonfliegt. Der fliegt einfach davon, der entpuppt sich und fliegt weg. Also egal ob Maikäfer oder Rosenkäfer, zwei Jahre bleiben diese Raupen in der Erde, bis sie dann einfach aus dem Erdreich rauskrabbeln und davonfliegen. Die Lebensdauer des Maikäfers und des Rosenkäfers, man glaubt es vielleicht nicht, aber sind nur vier bis acht Wochen. Ein Maikäfer lebt nur vier bis acht Wochen, wenn er vollständig entpuppt ist, aber die Larven bleiben zwei Jahre in der Erde. Also man hat vom Maikäfer nicht viel, wenn der fertig ist, aber man sagt ja, wo der Maikäfer hinkommt, das bringt Glück, der Rosenkäfer nicht. Da kenne ich nichts drüber, aber wie gesagt, zwei Jahre in der Erde und dann fliegt er einfach raus und weg ist er. So Leute, das soll es zur Sondersendung hier beim WurmTV gewesen sein, zu dem Thema Engerlinge. Die bringe ich jetzt nochmal raus und werden morgen umgesetzt. Und wie gesagt Leute, das war es zum Thema Engerlinge. Bis dahin, tschüss.